Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und wir machen heute eine relativ schnelle Endspieleinheit. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass ihr das gut versteht, das heißt, ich werde es schon ein bisschen ausführlicher erklären, aber nach diesem Video solltet ihr etwas Wichtiges dazugelernt haben. So, Turmentspiele sind mit Abstand die häufigsten Endspiele, die es gibt. Das liegt daran, dass die Turme meistens als letztes ins Spiel kommen und also die werden erst im Endspiel so richtig stark und ihr kennt das selbst, am Ende sind es so zwei Türme, die grasen Bauern ab und bei gleich viel Bauern ist es meistens sofort Tremie oder irgendjemand gewinnt einen Bauern, dann landen wir in so einem Endspiel oder irgendjemand hat von Anfang an einen Bauernmeer, dann versucht die Seite ohne den Bauern weniger Tremie zu halten, die andere zu gewinnen. So, das hier ist eine besondere Situation, wobei eigentlich ist sie gar nicht so besonders, aber normalerweise haben wir es so, dass der König relativ nah irgendwie bei den Bauern ist und dann wisst ihr, wie diese Endspiele zu bewerten sind, also zum Beispiel der König hier, wir schauen uns das auch mal kurz gleich noch im Schnelldurchgang an, wirklich nur schnell, aber wie wäre das, wenn der König hier auf F3 steht? Genau, Tremie. Weil Weiß kann die Filidor-Stellung einnehmen, also es ist keine Voraussetzung für dieses Video, aber wir schauen uns das gleich auch noch mal schnell an, als Wiederholung, aber schaut euch auf jeden Fall nach diesem Video, falls ihr noch nicht genau, noch nichts damit anfangen könnt, bitte das Video zur Filidor-Stellung an. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, das ist absolut basic, dass ihr das könnt im Turmenspiel, würde ich mal sagen, so ab 1500 Leaches solltet ihr das wirklich gut drauf haben. Davor schadet es auf keinen Fall, weil man kommt doch ab und zu in diese Endspiele, aber umso stärker man wird, umso häufiger wird das Spiel nur durch einen Bauern entschieden und dann rettet das halt den halben Punkt. Und hier frage ich euch, Schwarz ist am Zug, der Bauer läuft in diese Richtung, also ist noch weit weg von der Umwandlung, wie ist diese Stellung zu bewerten? Okay, ich löse auf, Überraschung, die ist gewonnen. Das ist tatsächlich überraschend, weil Turmenspiele, gibt es ja auch diesen bekannten Spruch, diesen Alaremie, die Frage ist nur, es gibt einen einzigen Zug, der gewinnt. Welcher könnte das sein? Okay, wahrscheinlich werden einige sagen, ich laufe einfach mit diesem Bauern hier. Das ist es nicht. Jetzt König D2 und zum Beispiel hier, das ist das, was ich vorhin meinte, wir kommen mit dem König ran und das ist alles gar nicht so schlimm. Aber wir gehen hier sozusagen in die Filidor-Stellung ein und gehen mit dem Turm auf die dritte, also auf die dritte Reihe, als Schwarz auf die sechste. Merkt euch einfach die, die näher da ist, wo der Bauer umwandelt. Und jetzt, egal was Schwarz macht, wird es Remis sein, wir ziehen nur noch hin und her. Also das ist jetzt die Filidor-Stellung, also diese Technik. Wir ziehen so lange hin und her, also der Wartse kann machen, was er will. Wir warten einfach ab, auch vor so einem Schach hier müssen wir uns nicht fürchten. Mal wieder hin und her ziehen, auf dieser Reihe bleiben. Auf das Schach gehen wir natürlich einfach zurück. Und jetzt, irgendwann, weil die Idee, dass der Turm ja auf der dritten, beziehungsweise sechsten Reihe ist, ist einfach die, dass der König nicht vorkommt. Und, okay, kann wieder einen Schach geben, wie er will. Irgendwann muss dieser Bauer laufen. Anderen Weg, Fortschritt zu machen, gibt es nicht. Und das ist das Schlüsselsignal, dass wir mit dem Turm, zack, ganz nach oben gehen. Und jetzt geben wir einfach immer, immer von hinten Schach. Und der König kann sich nicht vor seinen Bauern verstecken. Und deshalb ist es Remis, also kann natürlich wieder Schach geben. Wir gehen einfach hoch, mehr als diese Wiederholung gibt es nicht. Hört also nur zu Remis. Und, ja, wir geben einfach die ganze Zeit von hinten Schach. Und die Stellung ist Remis. Jetzt habe ich hier die Filidor-Stellung wiederholt, aber nicht total detailliert erklärt. Schaut euch dazu bitte das Video an, das ich gemacht habe. Ich habe auch ein Video gemacht, das heißt Turm-Entspiel-Crash-Kurs. Da sind alle zusammengefasst, die wichtig sind. Ihr findet das in der Endspiel-Playlist. Also ich habe eine Playlist gemacht, die als Endspiele. Und auch wichtig zu verstehen hier, wenn wir zum Beispiel in diesen Stellungen so direkt versuchen, von hinten Schach zu geben, verlieren wir mit Weiß. Man könnte es hier noch grob halten, aber das ist, sagen wir mal, es ist schlecht. Weil der König spielt, also kommt zum Beispiel dieser Zug hier, König G3. Und wenn wir jetzt wieder Schach geben, dann kommt F3. Und jetzt ist es wirklich verloren, weil wir haben keinen Schach mehr und gleich läuft der Bauer durch. Turm A1. Aber das ist jetzt alles noch zum Thema Philidor. Also wartet einfach ab. Das ist das Leichteste hier unten. So lange, bis der Bauer zieht. Das ist das Schlüsselsignal. Dann gehen wir hoch und geben die ganze Zeit Schach. Okay. So. Zurück zur Ausgangsstellung. Weil das musste ich einfach nochmal als Grundvoraussetzung angeben. Wie gewinnt man die mit Schwarz? Das ist relativ simpel. Ihr seht den Zug. Turm D5. Das Abschneiden. Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen, vom Titel her. Auf Englisch Cutoff ist hier wieder so ein Zug von denen. Ein Profi würde das hier so fortspielen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Braucht keine Zeit. Der zieht den einfach. Turm D5. Und der König kommt nicht mehr vor den Bauern. Und jetzt läuft ganz gemütlich der König hier mit dem Bauern in Verbindung. Oder erstmal auch der Bauer. Der König, der muss irgendwann mit. Dann läuft der Bauer. Und so holen sich eine Dame. Und der einzige Weg für Weiß, eine Chance zu haben, das noch zu stoppen. Also nur der Turm reicht nicht. Also weil der König kommt nicht ran. Und da dieser König immer mitläuft, versteckt sich der König vor den Bauern. Dann läuft er wieder eins mit. Und auch wenn der Turm von hinten Schach gibt, geht er wieder eins vor. Der Bauer läuft wieder mit. Und ich mache einfach mal ein kurzes Beispiel. Wir versuchen jetzt einfach dem Schwarzen hier die Suppe zu versalzen mit Weiß. Und geben hier immer Schach. König geht vor den Bauern. Okay, ich warte ab. Gerade kann der Bauer nicht laufen. Aber dann laufen wir wieder eins vor. Okay, wir gehen zum Beispiel auf den Bauern. Der zieht wieder nach. Und so, der König geht zur Seite. Man geht wieder Schach und wieder einen Schritt nach vorn. Und das macht man so lange, bis der Bauer irgendwann eine Dame ist. Also nur mit dem Turm alleine, das ist eigentlich das, was ich euch hier mitteilen möchte. Nur mit dem Turm alleine reicht es nicht, den Bauern irgendwie zu stoppen. Irgendwann muss man opfern. Zum Beispiel hier auch dieser Stellung, König F2. Das ist jetzt wie eine Philidor-Stellung, nur verbessert. Zum Beispiel hier wie eine Lucener-Stellung, Brückenbau. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das ist ungefähr das selbe Level wie Philidor, wie man dann eben diese gewonnenen Stellung auch gewinnt. Hier zum Beispiel und Ende, der Bauer ist durch. Das ist aber nicht das Thema. Hier ist wirklich, ich muss nur ein bisschen ausholen. Also ich hoffe, das nervt euch nicht. Aber ihr sollt dieses Endspiel schon auch wirklich verstehen. Nicht nur einen Zug auswendig lernen, sondern ihr solltet es auch in anderen Situationen anwenden können. Also es ist zum Beispiel egal, ob der Bau jetzt auf F7, ob der auf G5 steht oder wo. Hauptsache, wir schneiden den König ab. Denn der einzige Weg für Weiß hier rauszukommen, ist irgendwie Turm A2. Bauer läuft zum Beispiel, Entschuldigung, zum Beispiel König G6 erstmal so. Und der einzige Weg für, also Bauer laufend, schauen wir gleich an, warum das sogar Remie wäre. Aber jetzt sehen wir, der einzige Weg für Weiß ist hier Türme zu tauschen, damit der König dann rauskommt. Weil sonst laufen wir einfach durch. Und hier eben konkret diese Stellung, der König schlägt. Und jetzt zum Beispiel hier König F5. Jetzt hier gelten die Regeln des Bauernendspiels. Wir sind mit dem König weit vor den Bauern, haben die Brücke gebildet. Und der Bau hier läuft einfach durch. Wenn der König hier hingeht, würde ich auch nochmal den spielen. Und noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann einfach mit dem Bauern laufen. Und dieses Bauernendspiel ist gewonnen. Falls das für euch auch neu ist, schaut euch nochmal das Video zu Bauernendspielen an. Also an sich, wenn ihr euch das hier alles gar nicht zeigt und ein riesiges Fragezeichen auf der Stirn habt, dann geht wirklich in diese Playlist. Da habe ich nur die aller, aller wichtigsten Sachen zusammengefasst. Und ich halte das wirklich für, also man sollte nicht zu viel Zeit auf Endspiel verbraten, auch nicht zu viel auf Eröffnung, sondern ganz viel auf die Fähigkeit, an sich ein guter Schachspieler zu sein. Also ganz viel Taktik, ein bisschen Strategie. Aber so die Basic-Endspiel solltet ihr können, weil Bauernendspiele kommen total häufig. Und der Fehler, den ich gerade fast gemacht hätte, in dieser Stellung hier F5 zu spielen, führt zum Remit tatsächlich. Schauen wir uns mal als Extremfall an. Turm D2, also wenn wir jetzt nicht tauschen, geht der König wieder davor. Wir kriegen eine Filidor-Stellung. Müssen wir tauschen. König schlägt und jetzt ist der Bauer schon zu weit vorne. Und man erreicht hier, zum Beispiel auch hier, eine Remit-Stellung, weil der Bauer so weit vorne ist. Und der König geht immer nach hinten. Opposition. Das ist auch nicht das Thema von diesem hier, aber das, wer das grob wisst. Und wir haben auch wieder ein Remit. Wir kriegen so Part am Ende. Also ganz wichtig, schön mit dem König zuerst laufen, aber wir, dieses Prinzip des Abschneidens, ist ja ganz wichtig. Und jetzt kommt noch ein zweites Beispiel. Hier seid ihr, jetzt wissen wir schon, okay, wir sind schwarz. Wie schätzt ihr diese Stellung ein? Okay, hier wisst ihr wahrscheinlich vorher, wenn ihr gerade aufgepasst habt, welchen Zug man auf jeden Fall sofort spielt. Es gibt nur eine Idee, nämlich Turm D4 wieder abschneiden, sonst ist es wieder Remit, vor allen Dingen mit dem Randbauern. Und in dieser konkreten Stellung ist es leider Remit. Wegen König D1 schlägt, König schlägt. Und der König ist nah genug dran und schafft es hier, egal wie man spielt, in die Ecke reinzukommen. Und in der Ecke ist immer Remit. Also wenn ihr online spielt, könnt ihr jetzt pre-moven immer hin und her und her und her und her und her. Da passiert nichts mehr, solange bis eben Part ist. Man kann den gegnerischen König nicht vertreiben. Und ja, das ist hier eben wichtig. Also hier, was anderen Versuch gibt es nicht. Ihr spielt direkt die Abschneidung. Und wenn Schwarz jetzt, wenn Weiß jetzt hier schläft und König einspielt, ein Zug, also zu langsam ist, oder der Bauer schon direkt von Anfang an eins weiter vorne steht, ist es auf einmal gewonnen. Weil jetzt funktioniert es mit dem Tausch nicht mehr, weil der Bauer zieht und regelt das Quadrat. Hier, der Weiße König kommt nicht rein. Und deshalb ist die Stellung jetzt gewonnen. Also das heißt, man muss ja auch sehr schnell und präzise sein. Aber bei bestem Spiel wäre es hier mit dieser Abschneidung Nurimi. Ja, das war ein Endspielvideo. Die haben ja einen ganz eigenen Vibe, wie man auf Englisch sagen würde. Und auf Deutsch, die sind ganz besonders. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Also ich persönlich muss sagen, Endspiel ist nicht mein Lieblingsgebiet, aber es ist super wichtig. Und ich habe selbst viel zu lange das Thema schleifen lassen. Und das ist mir irgendwann total auf die Füße gefallen. In einem ganz wichtigen Mannschaftskampf, weil zum Beispiel viele Durchstellungen nicht gefunden. Das war dann schon relativ weit oben. Super peinlich. Und ja, man muss es einfach wissen, weil es rettet Punkte. Cool, dass ihr hier seid. Lasst ein Abo da, like dieses Video. Kommt gern zu mir ins Training. Ich biete Einzeltraining an. Und die Gruppentrainings sind deutlich preiswerter. Oder was heißt preiswert. Die sind, ähm, also sie sind günstiger. Das kann man sagen. Haben natürlich den Nachteil, dass sie nicht so individuell sind. So Partieanalyse kann man im Einzeltraining machen. Aber im Gruppentraining kommt man deutlich günstiger. Und da hat man auch viel. Es gibt Hausaufgaben. Schaut euch das einfach mal an. Ich habe ja auch ein Video dazu verlinkt. Und ja, ihr könnt auch einfach so eine Stunde im Monat bei mir buchen. Und wir schauen uns, wir machen einen Plan. Das ist so im Prinzip wie Coaching, was ihr macht. Ich zeige euch Trainingstipps. Wir analysieren Partien. Könnt ihr auch auf Patreon schauen. Schreibt mir einfach. Wir finden den Weg. Macht's gut. Ciao.